Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Amaritan Voyage. Ja, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben und Viktoria befindet sich in den Fängen eines Baumwesens. Und wir müssen sie dort so schnell wie möglich wieder rausholen. Und ja, wir schauen dann einfach mal, wie wir hier so weiterkommen, würde ich sagen. Die Kiste. Was war mit der Kiste? Eine Saphirose. Ich passe da nicht rein. Ein Wasserhahngriff. Nein, da könnte ich ein Wasserhahngriff. Sonst war hier auch nichts, ne? Und das sagt die Karte. Die Karte sagt, wir müssen zu der kleinen Straße zurück. Ähm, da. Wasserhahngriff. Mhm. Ja. Vielen herzlichen Dank. Okay, das haben wir. Ach, da war ja auch noch was. Werkstatt für Harmoniumprodukte. Das Geweih gehört aber nicht dahin. Mit dem richtigen Gegenstand kann ich dies sicherlich öffnen. Äh. Holzauge. Äh. Holzauge. Nein. Damit. Aha. Vielen herzlichen Dank. Sehr schön. Auch erledigt. Da kann ich nicht mehr rein. Das habe ich gemacht. Äh. Muss ich noch weiter zurück? Nein. Ich muss weiter vor. Genau. Supi. Ähm. Das Holzauge. Sehr schön. Das ist ein Behälter. Nein. Da wäre ich jetzt gar nicht aufgekommen. Drehe die Elemente des Behälters, bis die Verzierung durchgängig ineinander übergeht. Äh. Okay. Das passt aber nicht. Muss ich? Ne. Hier kann ich ja nichts drehen. Also ich kann nur die drei, richtig? Hm. Das ist ja jetzt ein bisschen tricky hier. Aha. Sagte sie und schon war das Problem gelöst. Was haben wir denn da? Einen Symbolpfeil. Okay. Mhm. Kristallspiel, da brauche ich noch drei Stück. Damit wir hier weiterkommen. Also wir haben noch... Ah, ich glaube eins haben wir noch vor uns. Symbolpfeil und Bogen. Symbolpfeil und Bogen. Äh. Ah, das Geweih. Ich brauche aber noch ein Geweih. Ein Hirsch ohne Geweih sieht etwas merkwürdig aus. Ja, das ist wohl richtig. Okay, ich brauche noch ein Geweih. Ich weiß nicht, wie ich das finden kann. Da komme ich nicht weiter. Was hat die Karte? Oh. Da hätte ich mir fast denken können. Äh. Moment. Ha. Zeig, was du kannst. Guter Treffer. Da haben wir unsere Viktoria zurück. Ja, erstmal nehmen wir das tolle Geschenk hier. Ja, mach's gut. Ja. Na. Da war er weg. Ähm. Hier war sonst nichts mehr, ne? Außer dieser, ähm, außer dieser Truhe. Bogen. Jetzt haben wir schon wieder nichts dafür. Da ist noch irgendwas anderes. Ich weiß nur noch nicht was. Hm. Ah. Ah. Äh. Nein. Das ist gemein. So, nicht. Was ist denn das? Äh. Eine Art Lesepult. Es wurde vermutlich bei Festen oder Zeremonien gebraucht. Oder Zeremonien. Äh. Da habe ich aber nichts für, ne? Okay. Gut. Dafür habe ich noch nichts. Äh. Was ist denn hier nochmal? Äh. So kann ich es nicht anheben. Nee. Ah. Da brauche ich noch so viele Sachen für. Äh. Da habe ich auch noch nicht alle drei. Äh. Hm, 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 hm. Na, Viktoria haben wir ja gefunden jetzt. Beziehungsweise, sie ist schon wieder weg. Oh, hier komme ich nicht weiter, sonst muss ich wieder zurück. Das wusste ich, wohin. Aha. Na prima. Vollgemacht. Dann werden wir das tun. Er sieht aus, als sei ihm die Lebensenergie geraubt worden. Der Wanderer muss tatsächlich Schmerzen verursachen. Nicht schön. Ja, toll. Um ein magisches Feuer zu löschen, brauche ich hier einen magischen Gegenstand. Okay. Äh, warte mal, die Kristalle, äh, die Dings, ähm, hier, ne? Ja. Drehe die Symbole, bis du die richtige Kombination gefunden hast, um den Kristall aufzuladen. Äh, 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 äh. Äh, äh. Okay. Woher soll ich das jetzt wissen? Aha. Okay. Perfekt. Juhu, er ist aufgeladen. Sehr gut. Aber hier habe ich immer noch nichts, ne? Ah, doch, das Buch. Warte mal, kommt hier der Dings rein? Nein. Die Rose. Ah. Sehr schön. Da. Ach, ich muss das... Äh. Kann mir mal eben solcher vollständige die Sternzeichen nehmen, wie du die Figur und Gegenstände aneinander zuordnest. Ach so. Irgendwoher soll ich das jetzt wissen? Okay. Äh. Wie, wie, verstehe ich jetzt nicht? Was? Ah. Okay. Uh-huh. Ja, gut. Grad muss man wissen. erledigt sehr schön und mehr sachen habe ich auch nicht okay da komme ich nicht weiter ich gehe da noch mal hin weil wir haben ja immer noch diese ich bin ich auch mal die wo ich doch veräppeln hier da komme ich nicht weiter und hier kann ich auch nichts machen mehr es ist nur noch diese kiste aber da komme ich nicht weiter da muss ich wieder zurück was haben wir denn hier jetzt noch das haben wir das geweiht das fehlt mir immer noch da warte mal oder aha jetzt kommen wir da wieder weiter flugstation oh nein jetzt habe ich sie verpasst nichts wie hinterher ja aber das machen wir erst in der nächsten folge bis dahin sei es ciao ihr lieben